ein apokalyptisches miau und herzlich willkommen zu einer neuen folge ist was weiß ich wie lautet und was war das noch mal seven days to die sorry da war das gehirn kurzzeitig weg also geplündert hatten wir alles hunger habe ich so soll sein munition empfehlen und zeugen ob ich bin ich war klar deswegen müssen wir mal kurz ja alles einsammeln das wäre doch so ein scheiß so wir müssen gehen heute wieder auf tour so ist irgendwo nie drin hier so wo können wir denn reingehen das sieht super aus da würde ich gerne mal gucken gehen ja ich riech's doch schon wieder ganz viele zombies ja war mir klar das kann ich nicht schlagen weil ich auch weg 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 verpisst euch so ich treff nie mensch so nächster das war knapp nein schon wieder nicht regen schon wieder auto stamina das ist doch hier zum kotzen so bist du tot ja so gab gut xp kann man nicht mehr kann da wollen wir direkt mal hier jetzt mal ernsthaft nehmen wir natürlich alles liebend gerne mit ich hoffe natürlich dass wir mal ein bisschen leckere sachen drin sind ich möchte erst zu haben mensch jetzt wollte mich hier verarschen so ist nicht so dass hier unbewaffnet rein geh also ja kommt putt 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 kommt alle raus ja ich warte auf euch warum habe ich nicht getroffen sag mir das mal was bist du denn für eine flotte machst mir ja ganz viel angst so und ei 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 und schon wieder keine ausdauer einschlag und schon nein nicht schlagen habe ich gesagt ja diese ausdauer die kriegt mich hier noch so leg dich doch hin du da kriege ich die pimpanellen hier bei diesen tussen ach warum nein nicht schlagen habe ich gesagt nein nicht schlagen war die so jetzt hat der auch mal geleckt nein warum schlägt der denn nie nein habe ich gesagt hoppala so zwei auf einmal im nahkampf na herzlichen dank auch warum ruckelt's nein so bist du jetzt tot es ist nicht mehr lustig oder es ist ich treff nicht was wird das hier ja gott sei dank so wird jetzt noch mehr so du bist tot eine mehr noch ich kriege keine ausdauer mehr es ist doch nicht mehr normal habe ich feile nö gut aua das kommt davon wenn man auf zwei gleichzeitig gehen muss dann nehme ich dich aua warum tun die mir weh ich renne jetzt ich habe keinen bock mehr da drauf ist hier schuss drin ja stillhalten so war es das so feierabend so ist dann ja noch drin wenn da jetzt noch jemand drin welche den ich hätte gekotzt so hüpfen gibt's bitte sag mal ich ich habe hunger ich habe jetzt extra geplündert um was zu fressen zu bekommen hat krieg ich nix nix ich plünder hier mir den arsch ab und was kriegst als dann nix zu fressen ihr habt hunger wie häufig noch ich habe hunger ich brauche was zu fressen lecker lecker brauche ich so knarren knarren kloppe ich das doch lieber auf ich komme ja auch nicht zum looten ne aua so 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 jetzt habe ich hier keinen bock mehr jetzt ein schlag ein tod mit der ausdauer und meinem leben ich brauche was zu essen noch immer so so wo gibt's hier was zu essen ich habe hunger jetzt mal ernsthaft ich habe nur wirklich hunger ich muss was fressen so ich kann doch jetzt hier nicht qualvoll ohne essen die juckers geben auch gar nichts zu essen ich finde hier kein Vieh kein gar nichts und ich lege mich nicht hier mit dem Bär an den ich mal gefunden habe in der Folge 1 das kommt gar nicht in die Tüte das schwöre ich euch so ja glaub es ist doch so da war ist das was zu essen oder ist das Samen sagt man es ist es ist mir egal hm juckers haben das einzige was ich nicht will das meine ich ernsthaft bitte ist hier was leckeres drin ich will was essbares ah Schießpistolen nö nö kein bock mich jetzt grad anzulegen weiter geht's also Müll plundern lohnt sich mehr als da ist ne Tasche die will ich tschüss 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 so ist hier irgendwas essbares ich habe Hunger weiter hin was bin ich jetzt gestorben kann mir das jemand mal sagen an was bin ich jetzt gestorben mich hat halt keiner gehauen nicht gut ausgehungert oder was er ist auch wie macht er die ganze zeit haben jetzt mal ernsthaft ist das wirklich so immer du bist unruhig geht doch gar nicht ich könnte kotzen sowohl ist hunger ich muss jetzt irgendwas wegen hunger machen so entweder nämlich schade ich hab und jetzt muss ich noch rennen aber da habe ich eine idee wenn ich doch alles was ich habe in die slot also in die hauptfahrt so rein theoretisch müsste ich doch nicht mehr pack wusste ich bin nicht ganz blöd so weil ich jetzt ja wirklich mich beeilen muss zwitschere ich mir jetzt ein bier rein und jetzt wird gerannt bier kriegt mich noch nicht was ist das jetzt hier schön back das ist jetzt wegen dem bier egal ich hab muss mein bier nutzen das bier war teuer klappe ach leute ach leute was ich alles finde bei meiner expedition jetzt habe ich kein bier mehr ja super so schnell gibt wir alle das war mir gar nicht bewusst ich habe mich einscharen lassen und habe jetzt schon also so manchmal denke ich wirklich das spiel will mich mobben vielleicht kann doch nicht sein dass ich jetzt keine ausdauer schon mehr habe und ich weiß auch dass ich nicht so viel rennen ah ich habe gleich einen trailer gefunden ja super bringt mir auch voll viel nachts vielleicht gibt es da was zu essen ich habe hunger trotz dass ich gerade gestorben bin na das ist ja super jetzt muss ich hier irgendetwas opfern also so ich habe ganz viel schwachsinn so weiter geht's hüpf ja was sind das denn für kackstraßen weiter rennen habe ich gerade kurz zeit für ein kurzes tauschpäuschen weiter geht's so muss mir wenigstens ein bisschen essen gehen ne gibt es so gut wie gar nichts warum loote ich eigentlich nicht die vogelnässer ich bin doch auch blöd weil ein vogel ja super klappe die hören auch nie auf mich ich sag klappe schreien die immer noch weil das sind auch so richtige assis nee kein geier ach habe ich mich jetzt ersch... komm trink und ab geht's jetzt... hallo geht doch ihr wollt mich schon beschweren scheiße von so weit ist mein Rucksack entfernt also so manchmal muss ich mir dann doch an Kopf fassen komm friss dir die ganzen Juckers rein ist ja gar nicht weit du hast ja auch kein Bett gesetzt ne nein hast du gar nicht und der ist noch so weit so lange wie ich noch den buff habe solange wie ich noch den buff habe so... ich hoffe dass ich... jetzt bin ich durstig obwohl ich mir die... die ganze Zeit Juckers reingef... die ganze Zeit Juckers reingef... habe so kurz mal bücken ich muss mal ganz kurz... so... hoppla mein Fehler fällt schmipp wo bin ich denn auch so weit bin ich noch entfernt herzlichen Dank auch weiterhin einfach weiterhin es bringt nichts ich finde nur Federn viele freuen sich sicher über Federn ich mich ehrlich grad nicht wo jetzt... ah! bücken und schleichen so... so... schön... leise... und langsam ich muss aber zu meinem Rucksack da ist geiles Zeug drin, ja? geil und weiter gehe ich an ihm vorbei ja, das ist geil schon mal keine Frage und weiter geht's das war geil keine Frage aber ich will grad zu meinem Ruck schön tschüss! 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 Kann ich das ernten? So, ich muss weiter zu meinem Rucksack. Zack, zack. Komm, 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 komm. Und weiter geht's. Ich hasse es nachden. So, einmal kurz klopfen. Jetzt wieder entbückeln mal. So. Energie ist wieder da, hoch und weiter rennen. Immer so lange rennen, bis keine Energie mehr da ist. Ja? So einfach ist mein Konzept. Und morgen machen wir dann eine Buddel-Expedition, ja? Ich brauche noch immer meinen Rucksack. Und ich muss mir den jetzt in der Nacht holen. Weiter. So, wo ist mein Rucki? Ich will mal einen Rucki. Hallo? Wo ist jetzt mein scheiß Rucksack? Ich will zu meinem Rucksack. Seid froh, dass Gamma hoch ist, damit ihr was seht. Ne? Ich will aber gerade wirklich meinen Rucksack, wenn wir meinen Rucksack haben, machen wir auch wirklich Schluss, weil ich keinen Bock mehr habe für diese Folge. Aber ich will unbedingt noch meinen Rucksack mir geil angeln. Ja? Ja, also weiter. Wo bin ich jetzt? Auf der Mip? Nicht mehr so weit entfernt. Weiter geht's. Rucksack holen. Zack, zack. Zack, 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 sachen nicht da wo der zombie ist bitte nicht sowohl liegt da oder wer das ist so und jetzt muss ich erst wenn man schlafsack wieder markieren habe ich kurz zeit hier ich brauche meine feuer nach wo ist dieses scheiß feuerwache hallo sie ist doch nicht da hallöchen doch dahin müsse herzlichen dank aber auch ich hasse ist eigentlich von vollstern müssen reichen ich hatte es wirklich inständig wenn mir irgend so was wenn man mein spon punkt verwehrt wird das hasse ich es ist auch toll ich es ist tag 2 ich habe fast gar kein equipment wird fast gar keins ihr habt wirklich gar keins ich nur mein gelooten zeug worüber ich mich eigentlich nicht beschweren kann ich habe schon am tag zwei ein funktionierende mining helm ich hätte natürlich lieber mining helm ist geil ernsthaft kann man sich jetzt nicht beklagen aber es gibt auch geilere sachen wie zum beispiel essen brauche ich essen noch mehr essen ist ja auch essen nein nix zu essen für den tüko ich konnte mich jetzt mehr über eine strikte ernährung fertig durchführen ja eine ganz konsequente ernährung habe ich jetzt beschlossen ich gucke gar nicht mehr rein ich lute einfach nur noch die eier weil ich weiß wir brauchen so und weiter geht es ab zum eid liefern kann ich da noch suchen ja was gibt es hier drin nägel nicht schlecht herr specht so ich hoffe natürlich dass wir jetzt weiß aber nicht warum wenn man ein sponpunkt weg so so jetzt kommen wir aber hoch ne jawoll so wir hier oben ist einer neben glasicht wirklich datieren weg so ich will erst mal wieder mein haus home sweet home ne so warum ist der funktioniert der nie ist das ein toller lustiger pack die sich deren für klaus gedacht haben ich habe keine ahnung immer mit ihren lustigen spax hier baggy 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 spielen die ne ach guck mal der tig oder liebt doch bachs ne komm lass dir mal ein bisschen ärgern habe ich schon kochtopf kann nicht ins korn oder braue noch kochtöpfe ihr habt habe ich nein da ist kein kochtopf so jetzt ist dann kochtopf drin zwei sogar da ist da was gebackene kartoffel Ernsthaft? Jetzt Sachen. Mhm. Ja, lecker. Gehen die nun auch Food? Das heißt Hoppla. Kann ich denn hier Rezepte rausmachen? Ich hasse, wenn man für alles Rezepte braucht. Du hast nicht das erforderliche Rezept? Dann benutze ich eben eine leckere Kartoffel. Mhh. Noch eine. Bringt die wir Klevers? Ich sehe das noch nicht so ganz. Und wie viel gibt ein lecker Ei? Ah, das gibt's helfen. Das ist super. Hätte ich gern. Ich will mehr essen. Mhh. Lecker, lecker, lecker. Ich hab Hunger. Tiger, lecker, lecker, lecker. Da werden jetzt erstmal gerade ein paar Kartoffeln gefuttert. Äh, brauche ich Wasser für. Hier. Habe ich aber nicht so. Also. Machen wir uns mal ein Ei. Ne? Bisschen Holz ins Feuerchen. Machen wir uns erstmal. Zwei lecker Eier. Ich hab Hunger. Komm, gib mir ein Ei. Gib Ei. Tiger hat Hunger. Ah. Lecker, 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 lecker. Krieg ich noch ein Ei? So, das letzte Eiche noch. Mhh. Ausschalten. Lecker, 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 lecker. So. Jetzt meckern ich. Ich hab Hunger. Ja? Dann klatsche ich den wirklich gleich an. So. Jetzt erstmal in unserer Bewahrung Mülltruhe erstmal uns reinleckern. Also eine Früchtchen kann man ja auch mal nutzen. Krrrr. Krrrr. Schön. Also. Wie war das mit? Shift? Ja. Zack, 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 zack. Zack, zack. So. Alles rein mit dem... Nee, 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 die behalten wir schön bei uns, ne? So, bisschen lecker, lecker. Bleibt auch lecker, lecker bei uns. Lecker, lecker, lecker. Also das kommt lecker, lecker hier. Lecker, lecker da. Lecker, lecker so. Lecker, lecker so. So, und dann natürlich noch lecker, lecker hiervon. Das lecker, lecker wäre. Ach, herrlich. Wir haben Licht im Dunkeln. So, habe ich alles? Hab, alles. Nee, wohl so ein paar. Was ist das? Jetzt habe ich alles. Ich glaube, ich habe jetzt von jedem. Zepte. Ich glaube, ich habe jetzt von jedem. Von allen. Habe ich jetzt etwas. Ich habe jetzt von Steinfeilen ein bisschen. Von Eisenfeilen habe ich ein bisschen. Ich bin hier nicht von allen mit was. Ich bin eben multitaskingfähig. Schöne. So. Ich bin auch immer. Schmiede. Ich kann auch immer keine Schmiede. Wann kann ich denn jetzt endlich mal Schmiede? Aha. Wir können natürlich gucken. Obwohl, das machen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Miau. cur Tschööööööööw.